Command & Conquer Generals gehört auch heute noch ohne Frage zu dem Besten, was das ATS-Genre über die Jahre auf die Beine gestellt hat. Leider ist der 2003 erschienene Titel mit Erscheinen dieses Videos bereits 21 Jahre alt und vor allem in Sachen Grafik deutlich gealtert, was man sehr gut am üblen Zoom-Level ausmachen kann, welches sich aber auch schon damals zu Release bemängelt hatte. In diesem Tutorial zeige ich euch daher zwei Wege, wie ihr nicht nur extrem weit rauszoomen, sondern auch extrem weit heranzoomen könnt und dem Titel allein damit einen grafischen und auch spielerischen Quantensprung verpasst. Bereits vor kurzem habe ich euch hier in der Zocker-Lounge mit einem Tutorial versorgt, in dem ich euch erklärt habe, wie ihr Generals samt Addon Zero Hour unter Windows 10 und 11 lauffähig macht. Da der hier angewandte Gene-Patcher bei einigen Viren-Scannern angeschlagen hat und ich dafür teilweise aufs Übelste angefeindet wurde, obwohl das auf deren Homepage klar und deutlich kommuniziert wurde, zeige ich euch zunächst einen Weg, wie es auch ohne Gene-Patcher funktioniert, falls ihr das Spiel ohne überhaupt zum Laufen bekommt. Aber ganz klar an dieser Stelle nochmal, der Gene-Patcher enthält meines Wissens keine schädlichen Daten und natürlich nutze ich ihn auch selbst. Grundsätzlich ist das aber immer euer eigenes Risiko. Tutorial daher nochmal oben im i. Also, mal angenommen, ihr habt Generals aus Angst vor dem bösen Gene-Patcher trotzdem irgendwie zum Laufen bekommen und verzichtet freiwillig auf haufenweise Content und Komfortfunktionen, dann benötet ihr jetzt den Big Editor, den ihr euch unter www.moddb.com/.final-big-editor herunterladen könnt. Der Big Editor benötigt keine Installation, ist direkt nach dem Download über die Axis startbar und hoffentlich auch für euren komischen Viren-Scanner fein. Okay, ich lass es. Im Editor navigiert ihr zu eurem General-Spiele-Verzeichnis, welches z.B. bei der Steam-Version, wie alle anderen Steam-Spiele in der Regel unter Steam Libraries, Steam Apps, Common, Command & Conquer Generals abgelegt ist. Hier öffnet ihr entweder die INI.big für Generals oder alternativ die INI.zh.big für das Stunde Null Addon. Im linken Reiter habt ihr Zugriff auf sämtliche Daten und Parameter aus dem Spiel, die ihr hier nach Belieben bearbeiten könntet, was es aber zu weit führen würde. Sucht also nach der Gamedata.ini. In dieser verstecken sich die Werte für Max Camera High, also die maximale Zoom-Höhe, sowie der Wert Min Camera High, der wiederum für das maximale Heran-Zoom steht. Generell könnt ihr den Minimalwert so belassen und den Highwert ab 600 probieren, um einen guten Unterschied zu erkennen. Was hier genau Sinn macht, habe ich aber nicht abschließend geprüft, da die nun folgende Variante viel einfacher und unkomplizierter ist. Die Dox und Zauber, kein IBG da retten in Sicht. Der Großteil unserer Flotte ist nach dem Angriff der IBG unversehrt. Unsere Flugzeugträger und Schlachtschiffe warten auf ihre Befehle. Denn solltet ihr, wie in meinem ersten Tutorial gezeigt, auf den Gene-Patcher zurückgegriffen haben, wird dieser euch auch das sogenannte Gene-Tool mit installiert haben. Was die wenigsten wissen ist, dass ihr hier durch Ingame ein neues Menü erhaltet, welches ihr mit der Einfügend-Taste auf eurer Tastatur an- und abschalten könnt. Und genau hier findet ihr unter anderem unter dem Punkt Camera-Hide die Möglichkeit den Zoom komfortabel in die Höhe zu schrauben. Ein guter Wert ist hier zum Beispiel plus 500, wie ihr ihn auch im Video seht. Eine Einschränkung gibt es aber, ihr müsst euch vorab im Hauptmenü für eine Einstellung entscheiden und könnt hier dementsprechend ingame nicht nachjustieren. Wer möchte, passt in diesem Zug auch gleich noch den Kamerawinkel über Camera-Pitch nach seinen Vorlieben an. Durch ein höheres Zoom-Level in Kombination mit am besten ordentlich Anti-Aliasing verbessert ihr die Übersicht in euren Matches massiv und kaschiert die veraltete polygonarme Grafik durch die Verkleinerung der Objekte ebenfalls ordentlich. Für mehr C&C-Content gerne ein Abo dalassen und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Commander. Ja, hier kommt die Monada-Bomben! Sie haben gewonnen!